Obwohl wir verhältnismäßig klein sind, haben in unserem Schulgebäude alles, was man braucht. Die Lehrer unterrichten gut und haben auch immer ein offenes Ohr für uns. Also ich bin zufrieden. Allein die Vielfalt an Lehrern, da ist wirklich für jede Schule etwas dabei. Lehrer BRG1 Da wir noch so wenig Schüler sind, ist das Verhältnis sehr familiär. In einer Familie gibt es ja auch manchmal Streit. Schüler BRG1 Musik 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 Puffing, Schulkonzert, Stingossingen und andere Aktionen. Hier ist es wirklich nie ruhig. Nie. Nie! Kreatives BRG1 Musik 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 Musik